Neue Lieferung bekommen. Was ist da drin? Vorsicht! Vorsicht steht da. Was ist da drin? Das habe ich für 25,50 Euro bestellt. 25,50. Was ist da drin? Oh, was ist das? Oh, ein Ladegerät. Ein Ladegerät von einem Apple. Oh, Apple Ladegerät. Und hier haben wir ein, hier haben wir ein Apple-Netbook. Oh, hier schon geklebt. Und wie geht es auf? Mit Apple kenne ich mich nicht aus. Geht es auf? Wie? Oh, ein Apple. Ein Apple. Oh, wunderbar. Original mit Apfel. Original mit Apfel. 25,50 Euro von Ebay bestellt. Mal sehen, ob er läuft.